Hey Kameramagier, ich habe dir 10 Paper Rib Transition Presets unten in der Beschreibung verlinkt. Der Source-Footage kommt eigentlich von dem Video da oben, also von einem anderen Kanal. Ich habe es nur genommen, weil er es für free bereitstellt und in fertige Transitions umgewandelt und die kannst du dir einfach unten in der Beschreibung downloaden. Doppelklick auf das dfx-File und dann installiert es sich und dann kannst du in deiner Effekt-Library nach Paper Rib gucken und sie einfach per Drag & Drop draufziehen. Ich würde dir allerdings trotzdem mal hier oben das Original-Video verlinken, weil dort kriegst du nämlich Videodateien mit Sound dazu und nicht nur einfach Drag & Drop Transition Presets. Und wenn du wissen willst, wie ich das Ganze in Transitions gepackt habe, dann schau dir dieses Video hier drüben an, wo ich dir erkläre, wie du Video-Footage in eigene Transitions umwandeln kannst und schau am besten mal in die Transition Presets rein. Ich wünsche dir viel Spaß, bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Tschau! 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 Tschau!